Emotionen In diesem besonderen Jahr kann man gut beobachten, wie versucht wird, mit den Emotionen der Menschen zu spielen. Unser Emotionalkörper ist voll von alten Emotionen, die sich auch in unserem Körper als unterschiedliche Blockaden bemerkbar machen. Es sind alte Themen, die wir oft schon in der Kindheit abgespeichert haben und die gelöst werden wollen. Sie sind nicht mit Gefühlen zu vergleichen. Gefühle durchfluten uns, aber sie gehören nicht zu uns. Deshalb können wir sie auch nicht festhalten. Werden wir von außen gestupst, auf welche Art auch immer, dann sind es Emotionen, die nach oben kommen. Das ist kein Thema, wenn wir es erkennen. Dann können wir sie als das anerkennen, was sie sind, sie in die Hand nehmen, nochmal durchleben und sie dann wieder gehen lassen. Wenn wir sie einfach nur loshaben wollen, werden sie sich umso mehr an uns klammern. Deshalb ist das Annehmen der Emotion so wichtig. Alles, was wir für uns lösen, lösen wir auch im Gesamten. Der Mensch oder die Situation, die in uns Emotionen hervorrufen, sind nicht für das, was in uns vorgeht, verantwortlich. Das sind wir selbst. Deshalb ist es gerade in dieser Zeit wichtig, auf uns zu schauen und dabei Freude und Ruhe wieder in uns einkehren zu lassen. Denn wenn es uns gut geht, dann geht es auch unserem Umfeld gut. Das war der Aufmerksamkeit. Und das ist ein gutes Zeug. Ich weiß nicht,